Wenn man hier ist, dann sollte man sich auch damit ein bisschen beschäftigen. Gleichermaßen tut natürlich Kopf und Körper auch ganz gut, man hat einen Tag mal frei. Mal ein bisschen rauszukommen aus dem Hotel, was anderes zu sehen und die Tiere waren dann auch schon sehr beeindruckend. Wenn man dann abseits vom Trainingsplatz mal ein bisschen Ruhe hat, auch mal ein bisschen was vom Land, wo man sich gerade aufhält, ein bisschen sehen kann, ist das glaube ich was Schönes. Ich muss sagen, das Apartheid-Museum war schon sehr interessant. Ja, er kam am nächsten und gar nicht scheu, Kopf ins Auto gesteckt bzw. in den Bus gesteckt und findet man ganz interessant, wenn die dann doch so nahbar sind. Ja, ich muss sagen, das Apartheid-Museum war schon sehr interessant. Ich habe die kleinen Babys gesehen und habe gesehen, dass die dann die ganze Zeit dahin halten müssen für Streicher einhalten und dann habe ich mir gedacht, dann spare ich immer meine. Untertitelung des ZDF, 2020